Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich grüße Sie in der neuen Woche und mit einer neuen Ausgabe des Videostrategietikers vom Frankfurter Börsenbrief. Schön, dass Sie wieder dabei sind, mit uns zusammen auf die Märkte schauen. Der DAX lieferte in der letzten Woche eine wirklich kraftvolle Erholung. In dieser Woche wird es in DAS wohl etwas schwieriger werden. Auf täglicher Basis sind wir schon weitgehend wieder im überkauften Bereich. Oder zumindest ergibt sich nicht sehr viel Spielraum nach oben auf ganz kurze Sicht und es ist durchaus möglich, dass wir die 200-Tage-Linie am DAX nochmal testen. Beim letzten Mal ist der Test sehr gut gelaufen. Eigentlich schon mit einem gewissen Abschlag, mit einer gewissen Sicherheitsmarge hat der DAX dann recht kraftvoll wieder nach oben gedreht. Die 200-Tage-Linie ist eine wichtige Orientierungsmarke, die natürlich auch eine gewisse Unterstützung bietet. Also ein Test dieser Marke könnte durchaus noch stattfinden. Wo liegt diese Marke? Per Freitag lag die 200-Tage-Linie bei ungefähr 7408 Punkten. Tendenz relativ stark steigend. Das heißt also, das ist auch ungefähr der Maximalrahmen, den wir auf kurze Sicht nach unten haben. Das Restrisiko insgesamt scheint nicht sehr groß, aber es ist durchaus möglich, dass wir in den nächsten Wochen erstmal so ein wenig Sägezahnmuster im DAX vor uns haben. Und das ist zwar ein Markt, wo per Saldo nicht viel passiert, wenn man sich die Indizes oder die Indexentwicklung dann anschauen wird nach einigen Wochen. Aber es ist durchaus auch trotzdem noch ein anspruchsvoller Markt. Denn man ist gefordert, immer ein wenig vorauszudenken. In der letzten Ausgabe vom Frankfurter Börsenbrief haben wir das Bild ja aufgegriffen eines Badminton-Spiels im Freien. So, man ist natürlich sehr abhängig von den Windverhältnissen, wenn man Badminton im Freien spielt. Dann ist es gefordert, dass man eben den Wind mit einkalkuliert und bevor man schlägt schon einbaut in die Schlagtechnik, in die Schlagintensität, Schlagrichtung und so weiter. Und so muss man im Moment eigentlich auch mit dem Markt umgehen. Denn es sind Seitenwinde da, die immer mal wieder kommen können, die die Verunsicherung etwas erhöhen können. Es gibt ja auch positive Signale natürlich immer wieder und insofern eine etwas gemischte Ausgangslage. Und man sollte hier eher antizyklisch denken, also gegen die vorherrschende Stimmung am Markt. Sind wir oben, dann sollte man hier und da vielleicht auch mal einen Gewinn mitnehmen. Sind wir unten, die Stimmung entsprechend im Keller, dann kann man auch schon mal das eine oder andere aufgreifen. Also ein bisschen vorausdenken und vor dem Markt agieren. In dieser Woche wird es spannend, was die EZB angeht. Es hat sich ja zuletzt doch an vielen Stellen eigentlich die Erwartung konkretisiert und aufgebaut, dass die EZB nochmal an der Zinsschraube dreht. Das heißt, den Leitzens nun mal etwas tiefer setzt von 75 oder 0,75 auf 0,5 Prozent. Also 25 Basispunkte nochmal macht. Also ich hänge daran nicht viel Erwartung, was die Realwirtschaft angeht. Wer sich zu 0,75 Prozent im Leitzens nicht finanzieren konnte, der wird es wahrscheinlich mit 0,5 Prozent ebenso wenig können oder auch wollen. Denn es ist ja nicht nur so, dass eben das Kreditangebot zum Teil nicht sehr üppig bestellt ist, wenn man sich die südlichen Länder anschaut und dort den Sektor der kleinen und mittleren Unternehmen betrachtet. Sondern es ist ja eben auch an anderer Stelle so, dass eben Geld durchaus vorhanden ist, aber die Kreditnachfrage einfach zu schwach ist und entsprechend sich eine Zinspolitik der Notenbank gar nicht so richtig durchfrisst bis in die Realwirtschaft hinein. Man nennt das ja Transmissionsmechanismus. Also wie ist der Weg, wie die Notenbank, die Geldpolitik eben übersetzt sozusagen in realwirtschaftliche Konsequenzen. Dieser Prozess scheint im Moment etwas gestört zu sein. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir am Donnerstag dann tatsächlich eine Zinssenkung bekommen von Seiten der EZB. Aber die eigentliche Frage wird dann wahrscheinlich eher sein, wird die EZB ähnliche taktische Manöver vollziehen wie die Bank of England, wie die amerikanische Federal Reserve oder auch eben die japanische Notenbank, die ja ein Quantitative Easing Programm, wenn man das so bezeichnen möchte, gefahren sind. Das heißt, die Geldmenge massiv aufgepumpt haben, Staatsanleihen gekauft haben. Also das könnte auf mittlere Sicht durchaus auch für die EZB ein Thema werden, dass man also Staatsanleihen kauft und zwar nicht nur, wie das eigentlich ja beabsichtigt war, verbunden mit einer strengen Konditionalität, also mit strengen Regeln, gesetzten Anforderungen, sondern dass man eben auch freigiebiger wird. Und dazu kommt noch eine andere Sache, die in einem interessanten Bloomberg-Artikel aufgegriffen wurde und ein echter Game Changer werden könnte, nämlich die Frage, ob die Notenbanken auch am Aktienmarkt stärker aktiv werden könnten oder ob sie bereits aktiv sind. Denn das ist der Fall nämlich. Man würde es normalerweise eigentlich nicht erwarten und auch von den Statuten eher nicht erwarten, dass eine Notenbank eben auch am Aktienmarkt aktiv ist. Aber Fakt ist, dass offensichtlich bereits eine ganze Reihe von Notenbanken auf dem Aktienmarkt aktiv sind. Das bedeutet natürlich auch eine gewisse manipulative Komponente in der Kursbildung, in der Kursentwicklung, was man auch zweispältig sehen kann und durchaus kritisch sehen kann. Also dieses Thema werden wir voraussichtlich im kommenden Frankfurter Börsenbrief noch etwas anleuchten. Schauen Sie dort dann bitte ergänzend auch unbedingt hinein. Kommen wir zu einigen Aktien bzw. Unternehmen. Fangen wir mit der Commerzbank an. Die Aktie ja doch relativ volatil, eine richtige Stucke-Aktie und sie scheint auch doch eine ganze Reihe von Gemütern zu bewegen. Was ist also von der Commerzbank zu halten? Sie haben das ja wahrscheinlich mitbekommen, dass es hier einen Reverse-Split gegeben hat, das heißt eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10 zu 1. Wer vorher 10 Aktien hatte, hat also entsprechend jetzt 1 rechnerisch zu einem dann verzehnfachten Kurs. Aber die Kursentwicklung war wirklich desolat und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wo wird dann hier der Boden sein? Sagen Sie bitte nicht, tiefer kann es gar nicht gehen. Das ist einer der besonders gefährlichen Sätze an der Börse, denn auch gerade nach dem Aktien-Reverse-Split, also nach der Aktienzusammenlegung, kann es durchaus noch deutlich tiefer gehen im Aktienkurs der Commerzbank. Auch angesichts der Kapitalmaßnahmen, die es wohl noch geben wird, inklusive des Verwässerungseffektes, der wahrscheinlich sehr massiv ausfallen wird und auch inklusive des wahrscheinlich erheblichen Abschlags für neue Aktien bei einer Kapitalerhöhung. Also weiterhin vorsichtig sein. Wir sind im Frankfurter Börsenbrief mit einer Aktienempfehlung hier nicht dabei und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass wir hier in näherer Zeit zum Einstieg raten werden. Dafür ist das Risiko einfach zu unübersichtlich. Ja, interessanter sieht das schon Dürr aus, Spezialist für Produktions- und Lackiertechnik. Hier hat sich eine ganz interessante Chart-Technik etabliert und aufgebaut. Bei 88 Euro ungefähr liegt ein wichtiger Widerstand. Das könnte interessant werden für ein Trading, denn wenn eine solche Marke, solch ein Widerstand mal überwunden ist, dann kann es auch durchaus schnell mal einen Schub nach oben geben. 3, 4, 5, vielleicht auch bis 10% sind durchaus als technische Reaktion nach so einem Ausbruch durchaus möglich. Für ein echtes Investment fehlt mir hier ehrlich gesagt ein wenig der Mut auf diesem ja doch recht strammen Kursniveau. Die Aktie ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Liegt ungefähr 125% oder so ganz grob 120, 125% über dem 12-Monats-Tief. Die Bewertung ist nicht mehr wirklich günstig und insofern würde ich sagen, als Investment ist die Aktie nicht so sehr geeignet. Aber wenn der Ausbruch gelingt, dann könnte sie als Trading erstmal ein interessanter Play werden. Ja, ebenfalls interessante Chart-Technik. Damit kann Foslo, das Bahntechnikunternehmen, aufwarten. Hier liegt der Widerstand bei ungefähr 81 bis 82 Euro. Der Kurs lag heute Morgen schon darüber, nämlich bei ungefähr 82,80 Euro. Die Frage ist hier, was wird Großaktionär Heinz Hermann Thiele machen, der ja auch den Aufsichtsrat führt bei Knorr Bremse. Heinz Hermann Thiele dürfte im Moment investiert sein bei Foslo irgendwo in der Bandbreite 25,14% bis 30%. Dazwischen ist ja keine Meldeschwelle mehr. Das heißt, hier kann man als Aktionär dann sozusagen ein bisschen zumindest nach oben hin agieren, ohne sich gleich outen zu müssen. Achten Sie bei solchen Aktien grundsätzlich auch auf die Umsatzentwicklung. Hier gab es zuletzt bei Foslo eine eher fallende Tendenz und somit springt jetzt hier auch per Saldo eine eher neutrale, bis gleich positive Aussage heraus. Zum Kauf müsste ich sie heute nicht unbedingt empfehlen. Noch interessanter erscheint mir CentroTex Sustainable. Eine Aktie, die wir in der letzten Woche schon aufgegriffen hatten in der Sendung Geld oder Brief. Und wir hatten auch im Frankfurter Börsenbrief diese Aktie nochmal angesprochen, nachdem wir sie ja früher schon mal empfohlen hatten. Wer dem nicht gefolgt ist, kann das noch nachholen. Wir stellen oder haben im jüngsten Frankfurter Börsenbrief dafür auch eine Kaufstrategie vorgestellt. Einer der interessantesten Charts in meinen Augen, was den SDAX angeht. Kommen wir zum Terminkalender. Für heute waren einige Stimmungsdaten angesagt für die Eurozone, was zum Beispiel den Dienstleistungssektor angeht, was den Industriebereich angeht und auch generell die Wirtschaftsstimmung. Außerdem für heute angesetzt war die Information über die Verbraucherpreisentwicklung für April Deutschland, eine vorläufige Meldung und auch einige Informationen über die Konsumausgaben in den USA in Bezug auf den Monat März und auch die persönlichen Einkommen ebenfalls für den Monat März. Diese Informationen entstammen Börse Go. Außerdem waren Quartalszahlen für heute angesetzt von VW und von einer ganzen Latte von amerikanischen Unternehmen, so dass es hier eben auf der Ebene der Einzelwerte durchaus auch den einen oder anderen Impuls geben kann. Abschließend zur Strategie. Ich hatte es eben schon angedeutet, ich rechne eher nicht mit viel Dampf nach oben vom jetzigen Niveau aus gesehen. Für diese Woche das Risiko nach unten ist zwar zunächst nicht ganz so groß, aber wie gesagt, die 200-Tage-Linie könnte schon getestet werden. Insofern müssen Sie hier nicht Vollgas fahren und schauen Sie auch nicht nur auf den Index, sondern auf Einzelwerte. Centrotec Sustainable zum Beispiel hatte ich eben schon angesprochen. Ein anderes Beispiel, wo man ebenfalls drauf schauen kann, ist Talangs, der Versicherungsriese aus dem MDAX. Schöner Chart und die Aktie ist durchaus ein Investment wert. Wir hatten sie früher schon empfohlen und haben das im jüngsten Frankfurter Börsenbrief auch nochmals aufgegriffen bzw. die Aktie nochmals aufgegriffen. Das war es für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thyssen. Vielen Dank. Vielen Dank.